Wir haben nicht nur einen Schützen, wir haben sieben Schützen dabei. Wuhuuu! Wuhuuu! Ja, letzte Woche die Tour fand ich echt wieder gut. Faddy, hast du schön rausgesucht. Ja, ich hab mich tausendmal verfahren. Echt? Aber dafür hat's gut geklappt. Dieses Wochenende wieder, was steht an? Ja, wenn Faddy die Trails findet. Wuhuuu! Wuhuuu! Oder mal Paintboy. Auf gar keinen Fall Paintboy, der ist echt lahm. Was? Du bist lahm, Auti. Ich bin schnell, als du schießen kannst. Oh, das will ich sehen. Traust dich doch eh nicht. Challenge accepted. So, Tag der Entscheidung. Huthi, du hast gesagt, du bist schneller als Pascal mit seiner Pistole. Ja, auf jeden Fall krieg ich das hier nicht. Ich hab mehr in den Beinen, als er im kleinen Finger. Ich mach dir die ganze Hose orange. Wer recht behält, das werden wir jetzt sehen. Huthi, viel Glück. Danke. Viel Glück. Was der Huthi aber nicht weiß, wir haben nicht nur einen Schützen, wir haben ein paar mehr, wir haben sieben Schützen dabei. Wuhuuu! So Huthi, kannst loslegen. So, ein Schützer hast du gesagt, nicht hundert. Kommt hier komplett voll. Wuhuuu! 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 Wuhuuu!